Hi Leute, ich habe vor einer Woche angefangen mit Abnehmen, weil ich mich nicht mal wohl gefühlt habe. Ich habe 103,2 Kilo gewogen auf eine Körpergröße von 1,78 und habe jetzt ein bisschen meine Ernährung umgestellt, habe ein bisschen Sport gemacht. Neben der Arbeit ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Und ja, guckt einfach wie es aussieht, lasst mir mal eure Meinung da. Und ja, ich werde versuchen weiter durchzuhalten. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich jetzt die nächste Woche wieder arbeiten muss. Aber ja, wenn es euch interessiert, bleibt dran. Viel Spaß. So Leute, wir haben heute den 14.01. Stellen wir uns mal wieder auf die Waage. Und dann gucken wir mal. 98,8. Da seht ihr nochmal kurz zwei Bilder von letzter Woche. Ihr seht, da muss noch einiges runter, aber es geht voran. calcultermenteise. Müge Abonniert